Jeden Abend muss ich allein mein trockenes Brot zu Hause essen. Hey, wo ist das nicht verfahren? Wenn Sie etwas Besonderes essen und erleben wollen, dann ist das Restaurant Akropolis genau der richtige Platz für Sie. Lassen Sie sich verwöhnen mit original griechischem Essen bei toller Atmosphäre und das ohne Ruhetag. Ravensburg hat jetzt sein eigenes Stück Griechenland. Restaurant Akropolis am Goetheplatz 7 gegenüber vom Hochhaus. Akropolis, da wo die Götter zum Essen gehen. Restaurant Akropolis, Taukanis, bitte sehr. Diamant! Diamant! Akropolis, Goetheplatz 7, Ravensburg.